Hallo meine lieben Digirete, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Event-Video zu Digimon Masters Online. Heute mit dem Masters Match and Welcome Back Package Event. Wie immer natürlich schauen wir uns erstmal die Sachen im Cash Shop an, bevor wir uns in die Event-Notizen selber reinstürzen. Und zwar, wie immer, macht den Anfang die Packages. Fünf Stück gibt es zumindest hier in der Steam-Variante. In der Game King-Variante gibt es noch zwei weitere, die hier nicht aufgeführt sind, weil die Game King exklusiv sind. Diese schauen wir uns aber dann zumindest in der Notiz dann auch noch an, was die denn beinhalten. In der Steam-Variante kann ich euch die ja nicht zeigen. Und zwar machen wir den Anfang hier mit dem Breakthrough Package in der Version 2 für 198 Crown bzw. 15,80 Dollar. Und dieses Package beinhaltet zwei Rare-Mont-Digirek-Level 4-5 und von jedem Mid-Class Transcendence Convert Ship zwei Stück. Wenn man die Sachen für sich selber haben möchte, empfiehlt es sich eigentlich immer, die Mid-Class Transcendence Convert Chips direkt im Shop zu kaufen. Oder halt bei anderen Spielern kommt erstens günstiger und zweitens bekommt man auch dann die Chips, die man dann für sein Digimon braucht. Hier bekommt man dann noch weitere, die man im Zweifel dann nicht braucht und erstmal loswerden muss. Dann haben wir noch das Limited Slot Expansion Package wieder mit dabei. Gab es ja auch erst vor kurzem in einem anderen Event für 129 Crown bzw. 10,30 Dollar. Da ist dann wieder drin eine Mercenary Slot Expansion, 5 Archive Expansions, 20 Warehouse Expansions und 20 Inventory Expansions. Ist immer wie immer ein sehr guter Deal meiner Meinung nach, weil man hier mehr Wert drin hat, als das Package selber kostet. Allerdings muss man natürlich die einzelnen Sachen dann auch erstmal loswerden, was beim Falle der Mercenary Slot Expansion teilweise auch ein bisschen Herausforderung sein kann, wenn kein Bedarf da ist bei den anderen Spielern. So, dann haben wir noch drei weitere Packages dabei und zwar Mastemon Packages, was natürlich dann nur eins bedeuten kann. Die Mastemon Promotion ist wieder da. Wie die allerdings aussieht, das schauen wir uns dann gleich in der Notiz dann an. Auf jeden Fall, Mastemon ist wieder in dem Sinne verfügbar, kann man sich durch das Event dann, oder beziehungsweise durch eine Promotion dann wiederholen. Und passend dazu sind natürlich auch dann die Hedge Packages mit dabei. Einmal für 198 Crown, das Mastemon Hedge Package, wie der Name schon sagt, beziehungsweise auf Steam für 15,80 Dollar. Da ist dann einmal drin ein Salamon Digi-Eck Level 4 bis 5, ein Black Garton Mon Digi-Eck Level 4 bis 5, zwei Hedge Packer Level 5er und 16 Beast Mid-Class-Datas. Wie immer natürlich eigentlich ein ganz solider Deal, würde ich auf jeden Fall sagen. Die Hedge Packages lohnen sich meistens eigentlich immer. Außer man hat die Digimon natürlich schon, dann lohnt es sich natürlich nicht. Dann gibt es noch das normale Mastemon Hedge Package für 139 Crown, beziehungsweise 11,10 Dollar auf Steam. Und da ist dann nur ein Reinforced Mercenary Digi-Eck Salamon und ein Reinforced Mercenary Digi-Eck Black Garton Mon mit dabei. Aber ansonsten, selbe Anzahl an Hedgepacker Level 5ern und Beast Mid-Class-Datas 16 Stück jeweils. Was allerdings kein großes Problem ist, dass hier nur die Reinforced Varianten drin sind, weil beide Digi-Eier eine Chance von 25% haben, um auch ein 5 von 5 zu werden, wenn man die scannt. Also von daher ist das selbst bei diesem Package kein schlechter Deal. Und da gibt es noch das Mastemon Complex Reinforced Package für 198 Crown, beziehungsweise 15,80 Dollar. Und da sind dann drei Skill Memory Cubes drin, in der Mastemon Variante. Rearmon Digi-Eier Level 4 bis 5, zwei Stück und Mid-Class Beast Transcendence Convert Chips sind hier auch nochmal zwei Stück mit dabei. Und dann gibt es noch zwei weitere Packages. Da springen wir allerdings als allererstes hin von den Promotion Sachen her, damit ihr die dann auch noch auf dem Schirm habt. Und zwar ist das einmal das Seal Master Package wieder dabei. Allerdings haben die hier vergessen, den Text hinzupacken, was da drinnen ist. Im Seal Master Package, das kostet 198 Crown, ist Game King exklusiv, allerdings aber tradbar. Bedeutet, man kann das auch an Steam-Spieler rüberschicken, verkaufen, traden, wie auch immer man das handhaben möchte. Und für diese 198 Crown bekommt man 3000 Seal Exchange Tickets und 250 Seal Opener. Und die kann man auch ganz gut in diesem Event gebrauchen, weil das Seal Master Event wieder da ist. Aber was wir uns da holen können, gut, die Leute, die mein KDMO-Video gesehen haben, die werden es schon wissen. Bei allen anderen schauen wir uns dann gleich dann an. Und dann gibt es noch, wie gesagt, ein weiteres Package. Und zwar das Restarter Package on Limited Discount for Returning Users. Allerdings auch nur für Game King exklusiv. Bedeutet, wenn man eine gewisse Zeit nicht mehr online war, ich glaube drei Monate muss das gewesen sein, und dann jetzt wiederkehrt, bekommt man dieses Package als Angebot quasi, als Returning Player. Und alle Sachen aus diesem Package allerdings sind Event-Items und als solche können nicht getradet werden. Dieses Package kostet dann 298 Crown. Da bekommt man dann ein Exchange Coin für ein DGI Level 5 mit dabei. Dann ein Exchange Coin für ein DGI Level 4 bis 5. Ein Reinforced, genau, ein Reinforced Digi-Clone Package. Ein XA1 Version Storm in der 30-Tage-Variante. Und dieses hat dann natürlich den Effekt mit AT plus 200 und Max-HP plus 1000. Und in diesem Reinforced Digi-Clone Package sind dann jeweils drei Reinforced Digi-Clone jeder Art dabei. Und nochmal 20 Backup-Disks. Ich glaube, dieses selbe Package hat auf KDMO mehr als 700 Crown gekostet. Also umgerechnet mehr als 700 Crown, wenn man das mit unseren Crown verrechnet und vergleicht. Und da gab es auch, glaube ich, nur eine Level 5er Coin mit drin, nicht die Level 4 bis 5er. Und ja, mit diesen Coins kann man sich dann verschiedenste Digimon craften. Ich werde jetzt natürlich nicht alle hier aus dieser Liste euch vortragen. Allerdings sind dann solche Digimon dabei, wie Argomon Black Blitz Greymon zum Beispiel. Dann Shoutmon ist mit dabei. Und ansonsten, den ganzen Rest kann man ja hier dann auch auf der Liste dann selber nachgucken, ob da was dabei ist, was man selber noch gebrauchen könnte, wenn man denn ein Returning Player ist und unbedingt rein investieren wollen würde. Und ja, soweit auf jeden Fall zu den Packages. Dann haben wir auch noch weitere Sachen unter der Kategorie Kostüme, die wieder reingekommen sind. Und zwar haben wir einmal wieder drei Magnetic-ID-Karten reinbekommen, die jetzt wieder zum Verkauf verfügbar sind. Und zwar einmal die Magnetic-ID-Karte Dark Shadow. Das ist auch die, die ich selber jetzt gerade anhabe. Hat dann diesen Dunkel-Effekt. Ist eigentlich ganz nice. Ändert einen an den Omnimon Alter B Ride Mode. Dann ist noch die Magnetic-ID-Karte Frozen Step in der 30-Tages-Variante wieder dabei. Alle diese Magnetic-ID-Karten kosten natürlich wie immer 69 Crown bzw. 5,50 Dollar auf Steam. Und dann haben wir noch die Magnetic-ID-Karte Wind-Up Clock, die wieder mit dabei ist. Und genau, dann haben wir noch ein paar Kostüme, die auch wieder mit dabei sind. Einmal die Novices Yellow Socker-Uniform für 30 Tage ist wieder mit dabei für 99 Crown bzw. 7,90 Dollar auf Steam. Diese gibt einem, wenn man diese ausrüstet, Max-HP plus 1,000, Speed plus 77% und EXP plus 1,000% für diese 30 Tage, die man die dann trägt. Und dann gibt es auch wieder die Hikaris Gatomon Doll Cloth und die TKs Patamon Doll Cloth für 30 Tage. Diese können allerdings nur von namensgebend natürlich TK und Kari getragen werden für jeweils 99 Crown bzw. 7,90 Dollar. Also wenn man TK oder Kari isst, ist es auf jeden Fall ein ganz solides Kostüm, was man dann anziehen kann. Gibt einem Attack plus 300, Speed plus 77% und EXP plus 1,000% jeweils. Also auf jeden Fall ganz solide Kostüme, würde ich an der Stelle sagen. Und das dürfte es zumindest im Groben und Ganzen gewesen sein. Zumindest ist mir jetzt nichts mehr im Kopf geblieben, was noch übrig sein würde. Wenn ich was aber übersehen haben sollte, dann schauen wir, oder beziehungsweise sehen wir das dann am Ende ja in der Notiz dann. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir von Anfang an mal rein. Und zwar erstmal mit dem Update des heutigen Events. Und zwar 8 neue Seals wurden hinzugefügt. Es sind dieselben Seals wie auf KDMO auch. Bedeutet, wir haben einmal ein Suakomon Seal. Gibt einem plus 100 Defense maximal auf 3000 Seals, die man geöffnet hat. Wird in Minato City gedroppt. Monodrammon Seals geben maximal plus 150 AT. Wir können in D-Terminal Dungeon B2 gedroppt werden. Mikemon Seals geben einem maximal 300 DS, wenn man die eröffnet. Droppen in Shibuya. Selbes Spiel mit Blagatomon. Gibt einem plus 2% maximal EV. Und droppen auch in Shibuya. Dann gibt es Metallgarurumon. Gibt einem maximal CT plus 3%. Nicht wundern, hier steht das immer in 100 und so angegeben. Allerdings muss man sich bei CT und EV und beziehungsweise auch bei Block, aber hier ist kein Block diesmal dabei, immer noch ein Komma hinter der ersten Zahl da vorstellen. Können dann in Distorted Data Village gedroppt werden. Und Wargreymon Seals geben einem maximal plus 500 HP. Können in Dark Tower Wasteland droppen. Da habe ich auch heute schon mir meine 200 Stück zusammengefarmt heute Morgen. Bis dann zu viele Leute kamen und man dann keine große Lust mehr hatte, sich um jedes einzelne Wargreymon zu prügeln. Dann haben wir Beelzemon Seals geben einem Hitrate plus 400. Diese können allerdings nur gecraftet werden. Und Megidramon Seals geben einem maximal plus 300 AT. Können auch nur gecraftet werden. Und zwar mit den Materialien, also den Diathes Mission Reports, die man aus den Tamers Maps Teil 2, also ab Wasteland Area, durch die Dailies, beziehungsweise auch Main Quests bekommt, dann gecraftet werden. Ein Beelzemon Seals für 80 von diesen Mission Reports und ein Megidramon Seals für 90 dieser Mission Reports. Ist noch teurer als Orochimon zum Beispiel. Dementsprechend muss man dann natürlich sehr viel dafür ansparen, damit man sich davon dann überhaupt mal 50 Stück oder so holen kann. Aber ja, dann kommen wir zu den Events an sich. Und zwar haben wir als allererstes Event die Hunters Aura als Event bekommen. Das ist das Event, was ja vor einiger Zeit ja schon auf KDMO mal verfügbar war. Und jetzt dann auch endlich den Weg zu uns gefunden hat. Und zwar bedeutet das, auf bestimmten Maps, wie zum Beispiel den Filed Island Maps, den Server Continent Maps, den Western Area Maps, haben wir oben jetzt eine bestimmte Leiste. Ich kann ja mal, ich habe ein Bild gemacht, ich springe jetzt nicht extra auf die Map, sondern ich habe noch ein Bild davon, wie das dann ungefähr aussieht. Also es sieht dann einmal so aus, oben auf dem Bildschirm, wenn man dort auf der Map ist. Und diese Leiste füllt sich dann mit EXP, je nachdem, wie die Spieler dort halt die Digimon killen. Und wenn diese 100% erreicht hat, dann besteht die Chance, dass ein Random Digimon auf dieser Map, wo man sich gerade befindet, ein Hunters Battle History Record droppt. Und zwar für einen zufälligen Tamer. Also es ist dann nicht garantiert, dass man das bekommt, aber man kann es, wie gesagt, bekommen. Allerdings muss man dann, sobald die Leiste voll ist, dann auch Digimon killen. Also man kann nicht AFK auf der Map herumstehen und dann einfach hoffen, dass man das bekommt. Und ja, je nachdem, in welcher Map man unterwegs ist, bekommt man dann so und so viel EXP. Fängt an bei Western Village mit maximal, also beziehungsweise mit den EXP, die man aus diesem Item dann auf seinen Digimon garantiert dann bekommt, 50.000. Das geht dann, je nach Map, dann auch hoch maximal bis Server Continent Pyramide mit einer Million EXP, die man aus einem dieser Hunters Records dann bekommt. Und die Leiste ist Channel-spezifisch. Das heißt, wenn man auf Channel 1 unterwegs ist, bekommt man auch oben nur die Leiste für Channel 1 angezeigt und nicht die von Channel 2 oder Channel 0. Bedeutet aber auch, wenn man Digimon in Channel 2 killt, hat das keine Auswirkung auf die Leiste von Channel 1. Und ja, natürlich ist jetzt die EXP-Anzahl, die man hier rausbekommt, ist jetzt nicht mega krass viel. Ist natürlich eher an neuere Spiele auch gerichtet, dass die auch da eine gute Chance haben, dann zusätzlich zu den EXP, die die sowieso durch die Quests und alles bekommen, dann nochmal ein kleines oder großes Extra dann in dem Fall dann auch noch dazu bekommen können für ihr Digimon oder auch, beziehungsweise auch für den Tamer. Also von daher ist das auf jeden Fall eine ganz schöne Sache. Und wie ich das damals im KDMO-Video ja auch schon gesagt habe, auch wenn das für die meisten High-End-Spieler keine große Relevanz hat, weil die EXP-Anzahl natürlich im Vergleich zu dem, was man in dem Bereich dann bräuchte, eher gering ist, ist es auf jeden Fall eine frische Event-Idee, gefällt mir auf jeden Fall, einfach weil wir so viele Events bekommen, die einfach nur immer quasi dasselbe sind. Und das hier ist endlich mal ein zumindest ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, dass wir auch wieder frische neue Event-Ideen bei dem Spiel dabei haben. Also von daher, gute Idee, beziehungsweise sehr gute Idee, frischer Ansatz. Für die meisten High-End-Spieler eher nicht relevant, aber für die meisten neuen Spieler definitiv eine sehr schöne Sache. Und dann ist auch wieder das namensgebende Masters-Match-Event mit dabei, das auf KDMO ja auch schon drinnen war. Und ja, wie sieht das Masters-Match-Event denn aus, für alle Leute, die da noch keine große Ahnung haben? Wir haben einmal hier drei NPCs bekommen, einmal Masters-Match-Bancho-Leomon, Masters-Match-Exchange-Grab-Leomon und Masters-Match-Reward-Pangeamon. Schauen wir uns erstmal Pangeamon an. Bei Pangeamon können wir die Items dann nachschauen, die wir uns mit einer bestimmten Anzahl von den sogenannten Masters-Match-Codes craften können. Diese Anzahl an Masters-Match-Codes, die man dann am Ende des Events dann bekommt, hängt davon ab, wie man platziert ist und in welchem Team man ist. Also man muss im Gewinnerteam sein und Platz 1 sein, damit man die 300 Masters-Match-Codes bekommt, um sich Black Digitron Sample B zu holen. Selbe Spiel dann bei D-Antivirus B und das geht dann auch so gestaffelt dann weiter runter. Und natürlich im Verliererteam kann man sich dann auch Sachen craften, allerdings hat man dann keine Chance auf ein Black Digitron Sample B. Und ja, dann haben wir den NPC Bancho Leomon. Wenn man zum ersten Mal in diesem Event mit ihm redet, wird man einem der beiden Teams zufällig zugewiesen. Einmal Red Sun und einmal Yellow Moon. Bei welchem Team man dann landet, ist wie gesagt Zufall und man sieht dann in welchem Team man ist anhand des Symbols, was man hier oben drauf hat. Ich zum Beispiel bin bei Red Sun mit dabei. Bei Yellow Moon wäre hier namensgebend natürlich ein gelber Mond. Und die Digimon für jedes Team sind einmal Gilmon für Red Sun und Renamon für Yellow Moon, also für die Teams stehen quasi. Und ja, man muss dann hier in der Mitte dann seine Masters Match-Datas, die man über den Zeitraum des Events dann zusammengesammelt hat oder natürlich jeden Tag oder immer dann, wenn man davon welche hat, dann hier reinpackt, muss man dann hier in die Mitte reinpacken und diese dann inserten und dann landen die in der eigenen Input-Quantity. Sieht man hier dann in der Mitte, also die Anzahl, die man schon reingesteckt hat. Und darunter sieht man das eigene Ranking. Wenn man hier nicht in den Top 10 sein sollte, sieht man dann den Platz, den man dann hier bekommen hat. Ich bin aktuell noch auf Platz 5, wird sich aber denke ich mal noch ändern. Und außerdem bin ich aktuell noch im Verlierer-Team. Red Sun hat deutlich weniger Punkte bisher reingesteckt als Yellow Moon. Aber mal sehen, das kann sich ja über Nacht dann, wenn die Amerikaner und Brasilianer dann noch dazukommen, dann kann sich das nochmal ändern. Aber auf jeden Fall, wie kommt man an diese Masters Match-Datas ran, fragt ihr. Und zwar kommt man da ran, einerseits durch die Masters Match-Missions, diese kann man sich für Memory-Chips und eine gewisse Anzahl an B und M dann craften. Und zwar bei dem NPC hier drüben, Masters Match-Missions-Leomon. Bei diesem kann man sich dann die craften. Allerdings lohnt es sich pro Tag nur einmal die Sachen zu craften. Oder man craftet die sich jetzt schon für alle Tage. Wie gesagt, ich crafte mir jetzt mal alle als Beispiel. Weil ich die sowieso dann noch machen muss. Und ja, sobald man die sich gecraftet hat, bekommt man dann beim selben Leomon-NPC die Daily-Quests dafür. Die kann man dann hier alle annehmen und dann muss man diese Dailies dann natürlich auch machen. Und wie sehen diese Dailies aus, fragt ihr? Für die erste Daily, also Masters Match-Mission F, muss man in allen Areas, außer in Yokohama Village, 50 Activity Certifications sammeln. Diese können von jedem Digimon gedroppt werden. Das heißt, man kann da auch ganz normal seine anderen restlichen Dailies währenddessen machen und die dann nebenbei dann mitfarmen. Wenn man diese Daily dann abgibt, bekommt man dann eine Reward-Box und in dieser sind dann zufällig mindestens 100 bis maximal 500 Masters Match-Datas drinnen. Ist dann natürlich Zufall, wie viel man dann da rausbekommt. Ähnliches Spiel, beziehungsweise jetzt geht es dann in die Boss-Quests rein. Und zwar einmal in der R1er-Mission muss man nach Infinite Mountain. Dort erscheint alle 30 Minuten, nachdem es besiegt wurde, ein Masters Match-Devimon. Dieses spawnt auf allen Channels. Das heißt, zum Beispiel in Infinite Mountain, wenn man da zwei Channels hat, hat jeder Channel einen eigenen Raid-Timer. Das heißt, man kann dann immer nachgucken in dem Boss-Timetable, wann das nächste Mal auf welchem Channel einer spawnt und dann dauert das auch nicht so lange, bis man dann den nächsten wieder machen kann. Weil die normalerweise, zumindest in meiner Erfahrung, jetzt von vorhin zeitversetzt sind. Und ja, wenn man das Devimon dann mitbesiegt hat, also man muss nur einmal theoretisch reinhitten, Platzierung ist vollkommen egal, dann bekommt man am Ende auch wieder eine Box, wenn man die Daily abgibt. Und da können dann 200, mindestens bis maximal 500 von den Masters Match-Datas drin sein. Dann gibt es noch eine weitere Boss-Quest in Server Continent Pyramid. Da müssen wir einen Ethimon mitbesiegen. Und die Bosse sind alle entweder Level 69, 70, 71, also nicht wirklich mega krass. Also da kann jeder eigentlich mithitten. Und die machen auch keinen Schaden in dem Sinne, also da kann man da bedenkenlos mitmachen. Und genau, dort erscheint dann selbe Spiel, auch noch ein Ethimon. Alle 30 Minuten, nachdem es besiegt wurde, auf jedem Channel, wie gesagt. Und da bekommt man aus der Box dann am Ende 300 bis 500. Und dann gibt es noch die, in den Odaiba-Maps, die Raid-Quest, beziehungsweise Boss-Quest mit Venomiotismon. Der erscheint dort auch alle 30 Minuten, nachdem er besiegt wurde, auf jedem Channel, wie gesagt. Und da sind dann 400 bis 500 Masters Match-Data drin. Ist wie gesagt zufällig, welche genaue Anzahl man am Ende rausbekommt. Und ja, wenn man bei Masters Match mitmachen möchte, sollte man die definitiv machen. Und schadet ja auch nicht. So, dann haben wir, ähm, genau, Masters Match-Datas können nicht getradet werden. Das heißt, ähm, die sind charakterspezifisch. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, diese Masters Match-Datas zu craften. Und zwar kann man die sich einerseits aus jeder Form von Mid-Class-Data craften. Davon braucht man dann allerdings zwei Stück, ähm, um sich eine Masters Match-Box zu craften. Und aus dieser Masters Match-Box kann man durch Scannen mindestens eins bis maximal drei Masters Match-Datas bekommen. Man kann sich allerdings auch so eine Masters Match-Box mit 40 X-Antiboyen und de facto Exchange-Tickets craften. Empfehle ich niemandem. Das ist es definitiv nicht wert. Und dann, ähm, gibt es noch die sogenannten Damaged Masters Match-Datas. Diese können überall droppen, außer in Yokohama Village von jedem Digimon, was man besiegt. Allerdings sind die natürlich jetzt kein, ähm, garantierter Drop jedes Mal, sondern auch natürlich minimal, natürlich seltener. und wie gesagt, ja, mit denen kann man sich dann hier auch noch, ähm, aus einer von denen und einem Memory-Chip kann man sich dann in Kombination mit einem M, einem Masters Match-Box craften. Also, ähm, ist das natürlich ein System, was Bottern sehr zugute kommt. Die anderen Sachen, die man, ähm, oder mit denen man sich hier was craften kann, die kosten dann natürlich nichts. Dementsprechend, weil man hier das, wie gesagt, komplett auch farmen kann. Und Memory-Chips werden einem sowieso hinterhergeworfen. Ähm, und genau, hier sieht man dann die Masters Match-Code-Tabelle. Also, ähm, das Gewinnerteam, da bekommt der erstplatzierte 300 von denen. Der, im Verliererteam bekommt der erstplatzierte nur noch 230 von denen. Das heißt, der zweit, nee, der erstplatzierte vom Verliererteam kann sich nicht mal das D-Antivirus-B im Zweifel-Craften, sondern nur ein OX-Beta. Genau, und hier sieht man dann für alle Platzierungen, ähm, wie viele Masters Match-Codes man dann am Ende vom Event dann bekommt. Also, am 1.6. und ja, ich glaube, mehr muss ich dazu jetzt nicht dann sagen. Und wie gesagt, damit kann man sich dann die Sachen craften und alle von den Sachen hier oben, also von den Tradable Sachen sind natürlich, wie der Name schon sagt, dann auch Tradebar. Das heißt, die kann man dann sogar verkaufen, wenn man die im Zweifel nicht, ähm, für sich selber braucht. Und die anderen Sachen sind Event-Items. Das heißt, es lohnt sich, allein deswegen, wegen, wegen den Sachen theoretisch schon zumindest ein bisschen mitzumachen, weil man hier ja trotzdem zumindest ein paar gute oder okaye Sachen rausbekommen kann. Finde ich zumindest. Dementsprechend mache ich da auch mit. Ich mache mir auch keine Hoffnungen, dass ich am Ende vom Event noch unter den Top 10 sein werde. Gerade, wenn dann irgendwann auch die Botter noch dazukommen. Aber mal schauen, mal schauen. So. Genau, soviel dann zu Masters Match. Man bekommt auch noch täglich eine Masters Match Box, also die, wo man dann zufällig ähm, ne, warte mal, wo stand das? ähm, Masters Match Box. Genau, da bekommt man aus dieser täglichen Box zufällig 100 bis maximal 300 Masters Match Starter noch. Und man bekommt für drei Stunden Login-Zeit, ähm, noch einen sogenannten Daily Reward. Vorhin vor dem Reset war das, ähm, Random Hedge Backup Level 4 bis 5, also noch die Dienstagsbelohnung. Das heißt, heute jetzt nach dem Reset, wo wir ja jetzt auch gerade sind, ähm, einen Moment. Ah, stimmt, ich muss ja noch den Channel wechseln. So, dann sieht man das jetzt dann. Genau, heute gibt's dann ein Mysterious Digi-Eck Level 4 bis 5 in der Beta-Variante und hier ist wie gesagt dann noch die Masters Match Box. Äh, so. Genau. Und das unterscheidet sich dann wie gesagt von Tag zu Tag. Morgen gibt's dann, ähm, wieder ein Random Hedge Backup Level 4 bis 5, dann Mysterious Digi-Eck Level 4 bis 5. Kammer am Freitag, Random Hedge Backup Level 4 bis 5 am Samstag und am Sonntag dann Mysterious Jogris Digi-Eck Level 4 bis 5 und dann geht das wieder los mit Mysterious Digi-Eck Level 4 bis 5 Alpha. Also auf jeden Fall ganz nice kann man definitiv mitnehmen und für 4 Stunden Samstag und Sonntag gibt's dann auch noch Random Data Box mit Klaas 5 Stück eine Random Magnetic ID Karte für einen Tag ist zwar nur für einen Tag aber hey sollte man trotzdem mitnehmen und noch eine weitere Masters Match Box wieder auch mit 100 bis 300. So, dann gibt's ähm, jeden Tag dann wieder Masters Match eine Masters Match Burn Time und zwar Montag bis Freitag ist die jeweils dann zu diesen Zeiten diese muss man allerdings wie immer minus 7 Stunden rechnen bedeutet die zweite Zeit hier bei uns wäre von 0 Uhr bis 3 Uhr morgens und diese Zeit müsste ähm, von 18 Uhr meine ich 18 Uhr bis 21 Uhr dann sein ja von 18 bis 21 Uhr und Samstag und Sonntag ist 24 Stunden lang jeden Tag dann ähm Burning Time XP also am Wochenende sollte man wenn man leveln möchte dann definitiv leveln so dann haben wir das Upamon Wants to Grow Event das kam ja auch schon auf KDMO im Rahmen des ähm Child's Day Events und ähm da haben wir den Upamon NPC im DATS Center das ist der hier drüben und bei ihm kann man sich dann während des Events dann mit den sogenannten Essence of Earth Data verschiedenste Boxen craften fünf verschiedene Boxen an der Zahl was in den Boxen drin ist das sehen wir ähm hier dann beziehungsweise hier sehen wir dann auch die Anzahl die wir dafür brauchen für die erste Box 15 für die zweite Box 25 für die dritte 30 für die vierte Box 60 und für die letzte oder beziehungsweise beste Box dann 90 von diesen Earth Data und genau diese Boxen beinhalten dann bestimmte Belohnungen dann jeweils und die Belohnungen sind die grundlegenden Basis Belohnungen mit Sweet Gold Banana und Fruit of Homeostasis die sind in allen drin und zwar jeweils 30 Sweet Gold Bananas und 10 Fruit of Homeostasis und je höher man bei der Box Auflistung dann steigt desto mehr Zeug bekommt man dann auch noch in der Box drin und man bekommt garantiert alles was in der Box drin ist da steht Obtain All man bekommt alles was in der Box drin ist in der zweiten Box kommt dann noch Random Data Box mit Class dazu 40 Stück die man da bekommt in der dritten Box kommt dann noch ein Hedgebackup Level 5 dazu in der Level 4 eine Newbie Sockeruniform Box da weiß ich allerdings nicht für wie lange die ist ich hoffe mal mindestens 15 Tage und in der besten Box in der Level Max Box da kommt dann noch eine Reinforcete Digiklon Box dazu und ja da kommt es dann wie immer drauf an was man denn haben möchte wenn man natürlich nur auf Fruit of Pomeostasis zum Beispiel aus ist dann sollte man definitiv eher versuchen sich die günstigsten also die schlechteste Box in dem Sinne zu craften weil da bekommt man dann deutlich mehrere oder deutlich mehr davon im Event dann zusammen als wenn man dann auf die beste Box geht wenn auf die beste Box sollte man dann gehen wenn man alles aus der Liste einmal haben möchte aber ja auf welche Box man dann geht das hängt natürlich immer von dem eigenen Interesse dann ab und wie kommt man an diese Essence of Earth Data ran einmal haben wir die Möglichkeit durch zwei Dailies bei Elegmon und bei der einen Daily muss man Digimon entweder in Wilderness Area oder in Silver Lake besiegen und dann 50 von diesen Strength of Earth Fragments sammeln dann gibt man die Quest ab und dann bekommt man sieben von den Essence of Earth Data und ein Child Care Certificate und mit diesen Child Care Certificates kann man sich dann auch noch beim Elegmon bestimmte Sachen dann craften und zwar für drei von diesen Certificates kann man sich dann zwei Number Chain Stones craften für fünf von diesen Certificates kann man sich vier Fruits of Homeostasis craften für sieben Stück kann man 40 Rechargeable Energies craften das ist auch das was ich eigentlich am meisten empfehle für neun von diesen Certificates kann man sich dann ein Hedgeback Up Level 5 craften für elf von denen kann man sich drei Random Reinforced Digiclone Boxen craften und für 13 eine Growth Fruit die 40 Rechargeable Energies lege ich jedem ans Herz der bei diesem Event teilnimmt davon kann man sich maximal zwei Stück während des Event Zeitraums craften und dementsprechend 80 Rechargeable Energies sollte man definitiv nicht vernachlässigen so dann haben wir Event Nummer 7 Help for the Tired Ones und auch das ist die zweite Quest von Elegmon die wir dann annehmen können und bei dieser müssen wir dann in den File Island Waterfront Area beziehungsweise in der File Island Waterfront Map 30 Seafood sammeln indem wir dort Digimon besiegen selbes Spiel dann auch noch beim zweiten Teil der Quest da müssen wir entweder nach Snowman Village oder nach Snowstorm Village und 30 Eis gedroppt bekommen von den Digimon dort beides muss erledigt sein dann bekommt man noch mal weitere 7 von den Essence of Earth Data und eine Box for the Tired Ones und aus dieser Box for the Tired Ones kann man dann entweder rausbekommen 20 Burning Red Light of Life auch nicht schlecht 3 Random Buff Boxen plus 50% 3 Amplification Booster plus 500% die bekommt man immer hinterhergeworfen hier bei den ganzen Events und 2 Option Chain Stones kann man hier rausbekommen also trotzdem ganz okay Box dafür dass man sowieso die restlichen Sachen für die Sachen hier ansammelt durch die Events dann haben wir Event Nummer 8 das ist One Heart One Family da haben wir eine sogenannte Fortune Time wieder am Start da muss man einmal in die Event Übersicht gehen und zu bestimmten Uhrzeiten kann man sich dann hier einmal die Box of Parents abholen und noch mal eine weitere dann zu einer anderen Uhrzeit die Uhrzeiten hier an dieser Stelle sind einmal 22 Uhr bis 23 Uhr und einmal 4 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens ich glaube gut dass die wahrscheinlich die wenigsten holen werden 22 Uhr bis 23 Uhr ist auch schon habe ich für manche Leute aber hey das sind die Zeiten wo man sich diese Box holen kann und mit dieser Box kann man natürlich auch was anfangen und zwar kann man sich aus so eine Box of Parents mit einer 50% Wahrscheinlichkeit eine Box of Family craften sollte man aber normalerweise nicht machen weil wir mit 50 von sogenannten Pieces of Heart einen Key of Heart craften können mit einer 100% Wahrscheinlichkeit und aus einer Box of Parents plus einen Key of Heart kann man sich dann mit einer 100% Wahrscheinlichkeit eine Box of Family craften und in dieser Box of Family können dann random drin sein entweder 5 Amplification Booster plus 500% lohnt sich also gut wie gesagt die bekommt man immer hinterher geworfen dann gibt es eine random Kostüm Box für einen Tag die man da auch noch raus bekommen kann auch meistens eher Much dann eine random Stone Box ein random Hedgeback Level 4 bis 5 was die erste gute Belohnung aus dieser Box ist und ein Rare Mont Digi Level 4 bis 5 wie gesagt also das ist eher ein Teil des Events den wahrscheinlich die wenigsten denke ich mal machen werden aber hey mit den also die Pieces of Heart die man sowieso gedroppt bekommen die sind zumindest Recovery Items die einem abheben und die soll um 3000 wieder auffüllen ich weiß allerdings nicht ob die ja ok die Ingredient Items werden nach dem Event gelöscht also zumindest für den Zeitraum des Events bekommt man hier gratis Heilungs Items von den Digimon gedroppt die man bekämpft also kann man auf jeden Fall mitnehmen dann haben wir Event Nummer 9 Long Time No See und da sind wir jetzt bei dem Teil angekommen mit den Returning Tamers das heißt wer in 90 Tagen sich nicht eingeloggt hat also das letzte Mal eingeloggt hat vor dem 18 bzw. rückwärts wirkend vor dem 18 5 2021 davor sich 90 Tage nicht eingeloggt hat der bekommt dann eine welcome back support box und in dieser support box sind dann drinnen 100 sweet gold bananas 900 x antibodies eine digi aura für 30 tage ein xa1 version 6 für 30 tage ein joggers chip für 90 tage sogar ok super amplification booster plus 1000 prozent 20 stück eine new bc or socker uniform box da hier allerdings auch nicht 30 tage dabeisteht würde ich mal vermuten dass dieselbe box ist wie oben und dementsprechend auch beide boxen 30 tage uniform geben und dann noch mysterious mercenary die gear level 5 und dann haben wir event nummer 10 da kommen wir dann endlich bei dem seal master event an takatos seal exchange takato steht hier drüben da wo jetzt gerade das pilz im mon hingefahren ist danke dafür und bei ihm kann man sich dann während des event zeitraums dann mit den seal exchange tickets die man aus den seal master packages bekommt beziehungsweise auch die man sich in game natürlich auch erfahren kann da ist es allerdings natürlich deutlich schwieriger als im event zeitraum eine gute menge zusammen zu bekommen und ja da sind jetzt die ganzen seals dann dabei die wir uns dann holen können die gehe ich aber hier nicht durch sondern in der Notiz da ist deutlich übersichtlicher und zwar haben wir da dieselben seals wie auf kdemo auch also monodramon wo man 10 seals für 1 seal exchange ticket bekommt also um das auf 3000 zu bekommen von 0 braucht man 300 seal exchange tickets gibt einem dann wie gesagt maximal plus 150 at auf 3000 selbe spiel mit patamon auch hier wieder 10 für 1 at plus 150 floramon seals 10 für 1 hitrate plus 100 maximal commandramon seals 10 für 1 cc plus 1,5 prozent dann haben wir die 5 für eins und zwar einmal an cordramon grün da bekommen wir dann 5 seals für 1 seal exchange ticket bedeutet man braucht 600 seal exchange tickets um das von 0 auf 3000 zu bekommen cordramon grün gibt digisol plus 300 capoterimon 5 für 1 digisol plus 300 dann haben wir noch devimon 5 für 1 gibt einem at plus 200 das jeshamon seal 5 für 1 gibt einem ev plus 2 prozent raptor dramon 5 für 1 gibt einem hp plus 200 und rare mon 5 für 1 gibt einem hp plus 200 das sind die seals die ich jedem ans herz legen kann weil diese super günstig zu holen sind und dann haben wir noch das 1 zu 1 er ziel oder beziehungsweise die 1 zu 1 er ziel mit ankylomon 1 ziel für 1 bedeutet 3000 ziel exchange tickets braucht man um das von 0 auf 3000 zu bekommen gibt dann maximal defense plus 150 selbe spiel dann mit metal tyrannomon 1 für 1 gibt 1 defense plus 200 etemon 1 für 1 gibt block plus 2 prozent dann sind wir bei orochimon angekommen da bekommen wir nur noch ein ziel für 10 ziel exchange tickets das heißt da braucht man im prinzip 30.000 ziel exchange tickets um das auf 3000 hoch zu öffnen würde einem maximal at plus 250 geben und da wird es dann schon wieder schwieriger dann beziehungsweise deutlich teurer dann die auf volle größe zu öffnen dann haben wir noch das dex dorog ramon ziel 1225 gibt einem ev plus 3,5 prozent diese gab es allerdings schon mal damals ich glaube für 1 zu 1 also ein ziel für ein ziel exchange ticket da habe ich meins auch voll gemacht dementsprechend ist das hier natürlich ein bisschen teurer dann oder deutlich teurer dann dann haben wir noch cranium 1 für 25 gibt einem maximal hitrate plus 500 und selbe spiel mit tyrant caputerimon 1 für 25 gibt einen auch hitrate maximal plus 500 da braucht man dann 25 ziel master packs um das voll zu bekommen und dann sind wir bei den ganz teuren ziels angekommen und zwar omegamon belzemon und megidramon also auch belzemon und megidramon von den neuen ziels sind hier mit dabei omegamon gibt einem maximal plus 300 at hier kostet allerdings ein ziel dann schon 100 ziel exchange tickets selbe spiel dann bei belzemon 1 für 100 maximal plus 400 hitrate und megidramon 1 für 100 gibt maximal plus 300 at hier empfehle ich den jetzt haben wir noch die mastemon promotion die ist dieselbe eigentlich wie immer das heißt mastemon selber also das dark amulet das digi evolution item für mastemon bekommen wir für 1000 bis 2000 crown und diese müssen nur gekauft sein also man muss die crowns nur aufladen und dann bekommt man dann schon das was man dann als äquivalent dann hier bekommt für die anzahl die man aufgeladen hat man muss die nicht ausgeben dafür sind die Sachen aus diesem event dann charaktergebunden bedeutet man kann die leider nicht traden und genau für 300 bis 500 crown bekommt man dann 5 fruits of ictrasil zusätzlich für 500 bis 1000 10 option chain stones und für 1000 bis 2000 wie gesagt das dark amulet must evolution item kann man natürlich sehr gut kombinieren mit dem seal master event allein wenn man das schon 1000 crown auflädt für 5 seal master packages kann man sich dann schon beziehungsweise bekommt man dann must demon schon garantiert für 2000 bis 3000 1000 würde man noch das evolution item also must demon right item bekommen the grace of angel für 3000 bis 5000 gibt es dann noch das demon enchantment package typ s und für mehr als 5000 das awesome purchase gift box mit awesome random digi level 5 raremon digi level 5 champion und fruit of homeostasis 10 stück aber gut die meisten würden wahrscheinlich eh nicht weiter gehen als 1000 bis 2000 für das must demon evolution item und ja wie gesagt man muss die crown nur aufladen laut dem was hier steht man muss sie nicht ausgeben aber gut die meisten werden dann natürlich die dann auch natürlich im event zeitraum in seal master packs dann denke ich mal investieren und wie gesagt laut dem hier alles aus diesem event sind charakter geboten und können nicht getradet werden muss man sich dann natürlich im hinterkopf behalten also wenn man auf einem zweiter account wenn man auf main steam spieler ist bekommt man das dann dementsprechend dann nur auf dem charakter auf dem zweitcharakter und kann sich das nicht rüber traden allerdings normalerweise bei dieser art von event bekommen steamspieler die sachen dann natürlich auch wahrscheinlich mit dem äquivalent dann ausgegebenen steam gut haben dann in dem event zeitraum also 100 dollar in dem sinne aber gut steamspieler haben natürlich in ihrem shop nicht die möglichkeit auf die sehr guten seal master packs zu gehen und ja das dürfte es dann im großen und ganzen gewesen sein jetzt noch die sachen hier seal master packs sind wir durchgegangen die drei massimon packs sind wir durchgegangen magnetic id karten sind wir durchgegangen das lot open package sind wir durchgegangen die drei kostüme sind wir durchgegangen das breakthrough package und das restarter package sind wir durchgegangen ah genau stimmt da war ja noch was da gab es ja noch das level up restarter package für 99 crown das ist allerdings auch glaube ich nur game king exklusiv mit 20 super amplification boost plus 1000 prozent newbie yellow soccer uniform für 30 tage allein das ist schon super worth it dann exp booster plus 300 prozent für 30 tage argumon kostümset für 30 tage ok also die returning players die bekommen hier auf jeden fall ganz gute promotions und dann haben wir natürlich noch update und bug fixes einmal wurden beim ankylomon seal und tyrant caputeri mon seal die font und die umrandung umrandungsfarbe angepasst und cash shop search funktion wurde geupgradet mehr haben wir dieses mal nicht dabei gehen wir nochmal ganz im Grum und ganzen durch das seal master event ist wieder mal fantastisch meiner meinung nach also da sollte man definitiv wenn man ins spiel investieren möchte dann da auch zuschlagen dann haben wir ansonsten das earth data event finde ich eigentlich auch ziemlich nice weil die boxen eigentlich ziemlich gut sind und mit diesen child care certificates kann man sich dann auch wie gesagt gut rechargeable energies holen gefällt mir auf jeden fall auch sehr gut turn time am wochenende kann man auf jeden fall auch ganz gut mitnehmen masters match ist wie immer masters match also ich werde mich immer noch nicht anfreunden können weil ich das wie gesagt zu sehr bot bevorzugend finde und zu RNG meiner Meinung nach und das mit dem hunters battle history records ist ein ziemlich schönes event gerade was frische event ideen betrifft natürlich für die meisten high end spieler wie gesagt nicht von allergrößter relevanz aber trotzdem mag ich den ansatz beziehungsweise die idee dahinter sehr und dann haben wir wie gesagt noch die neuen ziels die insgesamt reingekommen sind ich finde es auch wieder schön dass wir farmbare ziels haben auch wenn die bots wahrscheinlich die zu tode botten werden und ja das war es auf jeden fall zu dem event an sich schreibt mir auf jeden fall gerne in die kommentare was ihr denn von dem event haltet lasst auf jeden fall gerne einen daumen nach oben da wenn euch das video gefallen hat abonnier nicht vergessen wenn ihr zum ersten mal dabei seid und dann würde ich sagen sie machen es beim nächsten mal dann wieder haut rein ciao ciao